Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war auch nicht so verkehrt, mal diese harmlose Kunst in diesen blöden weißen Galerien. Zu dieser Zeit gab es bereits diesen Sport, eine Ausstellung zu versprechen und dann aber eine Party zu liefern. Ich glaube, das war so einer der ersten Strandbars in Berlin. Also das ist schlussendlich unser Erbe. Hätten wir uns damals auch anders vorgestellt. Wenn wir auf so einer Party waren, teilweise, wenn jetzt irgendwelche Aliens da wären, dann würde man das gar nicht merken. Your art and your life have to be together. We can change what it means to be alive. Word 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 Untertitelung des ZDF, 2020